Hallo Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal mit mir ProGamer und TSW2YT. Ist auch da! Ja, hier. Ja, Leute, wir werden das neue Casino ausrauben. Ja, das neue Update, was wir heute gemacht haben. Darf ich kurz mal was sagen? Mhm. Ja, wir können so lange weiterspielen. Ja, ich würde heute oder morgen ein Video machen. Ich habe jetzt den Fehler am Deck. Unter 15 Minuten darf das Video sein. Und wenn das 15 Minuten 2 oder 59 ist, denke ich, das ist okay. Aber wenn es schon 16 Minuten sind, dann geht es nicht mehr. Deshalb muss ich ein neues Video machen. Ja. Okay, dann steig ein. Bist du da? Wo bist du denn da? Und das dritte neue Video... Hey, warte! Und das dritte neue Video handelt von... Ey, stopp, kurz. Okay. Das dritte neue Video handelt von mir in Roblox. Aha. Und da zeige ich meinen Account ein bisschen so... Hey, kannst du nicht kurz rausgehen? Nein. Warum ich da nicht gehst? Nein. Du kannst aber nicht weggehen, oder? Doch. Ich kann doch auch... Ja. Ich kann doch auch... Boa, Leute. Habt ihr das gesehen? Ja, ich weiß nicht, ob wir Warte, komm mit Dann steig ein Okay, Leute Ja, wir fahren jetzt zur Räuber-Base, Leute Ja, zur Kriminal-Base Okay, nein Das war toll Ah, da Ich bin schneller dann als du da, aber okay So, kommt, hier ist weh Höh, wieso bist du schneller? Oha, wie weit nach unten geht das, Leute? Das Update hat's in sich Erstmal normal verkleiden, Leute Endlich wieder in mein normal Ja, da Ja, und den kann ich fahren Und dann steigt er bei mir ein Ja War okay Oh, Mann, wie weit nach unten geht das, Leute? Ich glaube, wir fahren jetzt Und wir fahren jetzt Nein Okay, wir fahren jetzt Aber du weißt nicht mal, wo das ist Wir müssen mit denen fahren, nicht mit den Langs Ganz cool Aber, ja, Mann Du kannst dich Ähm Dann fahr ein bisschen Dann sehen die Leute, dass du den Lambo hast Angeber Ganz cool Dann kann ich dir hinterher fahren? Na gut Geht auch Ey Ey Oh Oh Oha Was hat der für ein cooles Auto? Oh Oh Geh mal Du bist mir gerasi Ich bin seit fünf Angeber Ach, egal Geht nur so Dann mach ich's so Nicht Ich weiß, was Nein Ach ja geht langsam Ey! Und du hast mich wieder reingefahren. Jetzt komm. Okay, ganz gut. Wie schnell kann da einer? Wow, ey! Fahr doch nicht so schnell, sag links, rechts. Dein Lambo ist doch schnell. Okay, ja, warte noch schnell. Aber sag links, rechts, 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 rechts. Wohin möchtest du? Ja, zu 6 Uhr oder zu 6 Uhr. Wohin fährst du, ey? Ich dachte, wir würden noch nicht sehen. Nach rechts, nach rechts, nach rechts, nach rechts, nach rechts. AAAAAAAH! Was würdest du denn mit Scheiß fahren? Haha. Wohin soll ich noch nicht sehen. Und jetzt? Ich dachte jetzt. AAAAAAAH! Hey, du fährst zu schnell. Wo bist du jetzt? Hier, bei der Brücke. Hau da raus. 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 Hau. 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 Hauut. Was? Ich bin hier. Bei den Gleisen. Ja, ich warte das neue Fischlassen. Ja komm mit. HeAAAA. Wir klauen einfach. So kaka au. Wow, schönen Gleisen. Ich liebe dich, Gleisen. Jetzt komm. Ihr kommt mal auf die weichen Leiche umstellen. Nein, ich war es. Ähm, hier nach oben. Nee, komm hier hin. Kannst du ein Auto spawnen? Ich kann uns dann hinfahren. Aber ein normales, ein Camaro, den ich auch fangen kann. Camaro? Ja, darf ich kurz? Ich möchte zeigen, wie du es. Ja, okay. Äh, das gesperrt. Jetzt geht's, komm mit. Hey, oder ich fahre nicht weg. Ich bin das für dich. Wie möchtest du es? Die ist weh. Okay. Jetzt soll ich nur mein eigenes Stiftter zöger machen. Ich muss meinen Mund umgebracht werden. Ach, mach doch. Nee, hier sind wir falsch. Weiter. Jetzt kommt es nicht weg. Wir machen es auch. Ähm, ist alles okay? Das ist mein neuer Stiftverzerger. Okay. Hey, ist der Camaro überhaupt drin? Camaro, die Freundin. Los. Oh, ich glaub, wir haben ne Runde gemacht. Warte, ich guck dann auf der Karte, wo das ist. Ich komme auch. Komm mal. Und kauf, bitte, dann komm. Wo sind wir? Ach, da. Oh, okay. Dahin müssen wir. Darf ich? Ach, okay. Ach, okay. Da, da, wir sind da. Leute, so sieht es hier aus. Ähm, geht's dir gut? Hallo, mein Name ist... Konzentrier dich lieber, wir können es ausrauben. Ah, Burger! Komm! Let's go, let's go. Aua! Komm rein. Sie müssen fressen. Oh, Disco, Disco, Disco! Disco, ja. Ja, schön. Irgendwo bist du? Hier können wir auch einbrechen. Wir müssen hoch irgendwie. Geht das... Hier hin! Wo gibt's denn? Oh, nur zwei Polizisten sind der andere. Äh, wie ist der Code? Eins. Was ist die Saison? Welche Saison haben wir? Neun. Ich glaub, neun. Ich mach mal neun. Nein, geht nicht. Oh, Mann. Alles umsonst. Hey! Rauschmecker! Wo bist du? Äh, hier. Ich guck mal. Nee, wir müssen da hin. Wo bist du denn? Komm dann zu mir da. Wir brauchen den Code. Was könnte der aber sein? Ah, ich weiß was. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Ne. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, null. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ne, vielleicht null, neun, acht, neun, sechs, sieben, acht, neun. Oder null, eins, zwei, drei, und so weiter. Null, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Null, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Zehn. Ich, ich kenn nicht den Code. Du mach jetzt mal so, dass ich es nicht so einbekommen bin. Geht ja? Na gut. Ja, das... Na, oh, hallo. Hey, du, ich bau dich zu. Und warum hast du da auch noch ein Blatt in Klamotten? Ich guck mal, ich hab den Blatt an. Ich guck mal, ich hab den Blatt an. Ich guck mal, ich hab den Blatt an. Was? 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 Ich hab den Code. Wie? Wie? Glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Hast du bei YouTube in Klamotten? Hey! Nein. Hast du den Einsting mit? Oder? Nee, zwei, sieben, drei, neun. Okay, das ist... Ja, mach mal. Geht? Zwei, sieben, drei, neun. Geht? Nein! Zwei, sieben, drei, neun. Reste! Hm. Hä? Wie soll das gehen? Ich guck mal ein. Hey, warum bist du noch mit meinem da? Glück geht's! Hey! Ah, nein! Die Polizei kann kommen! Ah, drei, sieben, zwei, null. Äh, drei, sieben, zwei... Drei, null. Hab's! Okay, komm! Ja, schnell, ich bin beim Kaffee. Oh Mann, ey! Ich bin so schlecht genug. Okay, let's go! Ah, auch kass. Nein! Was macht der Typ denn da? Okay, ich hab's schon verloren! Komm! Hä? Oh Mann, ey! Ich verkack's! Ich gucke bei dir mal. Ich hab's schlug. Ah! Rennen! 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 Sprinten! Let's go! Let's do! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Und? Kriegst du's hin? Du hast ne Waffe? collect! 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 Das ist neuerlich, ne? Oh! Oh! nicht mehr! Keine Ahnung! Oh! Gleich geht das auf, glaube ich! Und wie findet ihr das neue Update? Und wie findet ihr das neue Update? Oh! 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 Okay! Was macht er denn da so? Okay. Okay, schnell, schnell! Wolf! Schnell! Also... Oh! Gut. Kurz schnell ein Pool nehmen. Und das schön... Das ist schon fe... Oh! Telefon, da wartet so wie in der Broken Bank Polizei. Hey! Auf welchen Hopf hast du das gemacht? Soll ich? Äh, ja. Öh! Ha! Das war erfolgreich. Okay, Leute. Wir bringen das Geld zur Kriminalbank. Ja, Leute, ich bring das mal zur Kriminalbasis und wir sehen uns dann gleich, Leute! Was? Ähm, die Kamera wird auf Stopp, ne? Was? Nein! Und wir sehen uns gleich, Leute! Ciao, Kakao! So, Leute, ich bin jetzt bei der Räuberbasis. Also, ich bin gleich bei der Räuberbasis, Leute. Ja, da ist sie ja. Ich hoffe, kein Polizist macht da Katzenwache. Ey, macht da echt eine Polizist? Katzenwache. Wo macht die Polizist Katzenwache? Ne, vielleicht. Ich bin mir nicht sicher. Ja, aber das kann man doch mit dem Topp und den Schätzchen, ne? So, Leute. Und jetzt bringen wir... So, haben wir gemacht. Jetzt haben wir 4.000 Cash, Leute. Oh, hallo! Hä? Was machst du denn hier? Und, wo ist dein Geld? Entschuldigung. Willst du noch, dass ich die kaufe? Okay, okay, okay. Ja, Leute! Und das... Entschuldigung, ich bekomme. Okay, Entschuldigung. Ja, Leute, und das war's mit dem Video. Ihr könnt gerne einen Daumen nach oben da lassen und mich kostenlos abonnieren. Okay, warte kurz. Und das Pro-Gamer-Shirt-Gruppe-Reitreten. Ja, und... Warte, warte und... Tschüss! Ja, tschüss. Ähm, und, ja, Leute, ähm, ja, lasst ein Like und ein Abo da. Also, müsst ihr nicht, könnt ihr. Und das war's mit dem Video. Und... Tschau! Tschüss! Tschüss!